Willkommen zu einem weiteren Artemis Suite Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie mehr über die flexible Arbeitsweise mit dem Mark Analyzer. Mithilfe des Mark Analyzers können Sie die Zeitsignale gleichzeitig hören, analysieren und filtern. Deshalb bezieht sich der Inhalt eines Mark Analyzers im Gegensatz zum Data Viewer immer nur auf eine Marke. Im aktuellen Beispiel wird zunächst die FFT vs. Time Analyse für das Geräusch eines Druckers berechnet. Der Mark Analyzer stellt standardmäßig das Zeitsignal und alle zuvor ausgewählten Analysen dar. Klicken Sie auf das Playback-Symbol und die aktuelle Marke wird abgespielt. Der mitlaufende Cursor zeigt Ihnen, welche Stelle des Zeitsignals aktuell wiedergegeben wird. Sie sehen also, was Sie hören und umgekehrt. Klicken Sie auf eine Stelle im Diagramm im Bereich des oberen Balkens, um mit der Wiedergabe an diese Stelle zu springen. Durch Verschieben der grauen Markierung am Anfang und am Ende der Diagramme mit Zeitachse können Sie den zeitlichen Abschnitt des Signals für die Wiedergabe eingrenzen. Der so eingegrenzte Bereich kann durch Bewegen der oberen Leiste verschoben werden. Im aktuellen Beispiel sollen die unterschiedlichen Arbeitsschritte des Druckers getrennt voneinander betrachtet werden. Wählen Sie den Teil des Zeitsignals aus, der separat betrachtet werden soll. Klicken Sie nun in der Symbolleiste des Mark Analyzers auf das Copy-Symbol und dann auf Copy Mark. Per Rechtsklick in den Source Pool Ihres Projekts und Paste wird der ausgewählte Zeitabschnitt als neue Marke eingefügt. Wiederholen Sie diesen Vorgang und erzeugen Sie beliebig viele neue Marken. Die Zahlen in den Klammern hinter den Namen der neuen Marken geben den zeitlichen Abschnitt aus der ursprünglichen Marke an. Um die neu erzeugten Marken eindeutig identifizieren zu können, aber den Bezug zur ursprünglichen Marke nicht zu verlieren, können Sie Event-Namen vergeben. Klicken Sie auf eine der neu erzeugten Marken und Sie bekommen über das Properties-Tool-Window Zugriff auf deren Eigenschaften. Geben Sie der Marke einen Event-Namen, der hinter dem Markennamen im Source Pool erscheint. Im Properties-Fenster des Marken-Analysers können Sie die Darstellung des Zeitsignals abwählen, um Platz für weitere Analysen zu gewinnen. Bewegen Sie eine Marke einfach per Drag & Drop auf einen bereits bestehenden Marken-Analyser und die Berechnung erfolgt mit den Einstellungen der entsprechenden Analyse. Wiederholen Sie den Vorgang mit einer weiteren Marke und drücken Sie vor Loslassen der Maustaste die Steuerungstaste. Dadurch werden die Berechnungen der Marke in einem neuen Marken-Analyser durchgeführt, der sich als weiteres Dokument öffnet. Ähnlich wie bei der Berechnung weiterer Marken können Sie weitere Analysen aus Ihrem Pool-Project in einem Marken-Analyser bewegen. Drücken Sie vor Loslassen der Maus die Steuerungstaste, um zusätzliche Analysen in einem geöffneten Marken-Analyser darzustellen. Ohne Drücken der Steuerungstaste erscheint nur die neue Analyse im Marken-Analyser. Für eine übersichtlichere Darstellung der beiden Diagramme klicken Sie in den Properties des Marken-Analysers auf One Column for Each Analysis. Bewegen Sie nun eine weitere Analyse per Drag & Drop in den Marken-Analyser und drücken Sie dabei vor dem Loslassen erneut die Steuerungstaste. Sie können die Darstellung von Analyseergebnissen auch wieder abwählen. Gehen Sie dafür auf Results in der oberen Leiste des Marken-Analysers und entfernen Sie den Haken vor der entsprechenden Analyse. Für eine schnelle Aufbereitung Ihrer Analyseergebnisse drücken Sie auf das Export-To-Symbol. Wählen Sie zum Beispiel Export-To-Powerpoint und der Inhalt des Marken-Analysers öffnet sich als neues Powerpoint-Dokument oder wird als neue Seite in ein geöffnetes Dokument eingefügt. Nun haben Sie einen Einblick in die flexible Arbeitsweise mit dem Marken-Analyser bekommen. In weiteren Tutorials erfahren Sie mehr über die Funktionen im Marken-Analyser, zum Beispiel zur Wiedergabe und Filterung von Zeitsignalen.